R-E-W-R-M-S-I-D-D Böschi, hallo Leute, was geht denn? Willkommen zu einer weiteren Runde von Cups and Rollers Zweite Runde ist gut, weil wir haben es seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr gespielt Ist auch egal, Leute, mit dabei ist heute Brotwurst Alphastein, bist du das? Ich weiß nicht Wer ist hier wer? Alphastein, bist du's? Ja, perfekt Tobi scheint mit dabei zu sein Ja, genau, da unten haben wir noch Alex, Brotwurst Hallo Willst du auch hochkommen, oder? Ich weiß nicht wie, wir gehen mal da hoch Hochglasen Telefonieren Alex, dann kannst du keinen Alex ist Und Yves ist auch dabei Hallo Ja, Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an Ich bin der Cop und ihr werdet euch im Knast dann auch zurechtfinden, nehme ich an Ah, ich bin krass Und es funktioniert alles perfekt Alphastein, ich glaube, du hast noch den falschen Skin Denn Leute, wir haben heute folgendes vor Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ein gewisser Mensch sich im Moment im Gefängnis befindet, ja? So, und dieser Mensch ist ApoRed Und jetzt ist die Frage, Leute Wie wird sich ApoRed im Gefängnis verhalten? Und vor allen Dingen, Leute Ist ApoRed in der Lage, aus dem Gefängnis auszubrechen? Und dieser Frage gehen wir natürlich jetzt hier in Minecraft unter serienlichsten Umständen Auf den Grund Okay, Jungs, seid ihr bereit Yves, hast du Bock zu Äh, Tobi Yves, hast du Bock zu feiern? Ja, Alex Ja, Alex, wie geht's? Alex, Mensch Yo, alles feiern Alles feiern, perfekt Gut, Kinders, passt mal auf Ich würde sagen, ich hole dich jetzt erstmal was zu essen Ja, bitte Äh, Herr Red, Sieg, 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 Herr Red, bitte, okay? Ja, ich bin auf jeden Fall Herr Red, Herr Red, Herr Red, Herr Red, Herr Red, beruhigen Sie sich bitte, okay? Wo haben Sie den Hebel? Herr Red, den Hebel Entschuldigung Den Hebel, Herr Red, hören Sie, den Hebel zurück, Herr Red Gebt Den, Herr Red, Tobi, gib den Hebel zurück Ich hab ihn, hey, hierhin Du gehst dich auf Herr Red Abhol, hier Herr Red, Herr Red, Herr Red, Herr Red, also, ähm, passen Sie mal auf, ja? Tobi Hä? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Aufstand, Aufstand So, da haben wir das auch schon geklärt Jetzt ich Die beiden sind jetzt schon mal in Einzelhaft Äh, ich würde sagen, ähm, Alex und Yves Ja? Ihr seid ja scheinbar relativ gute Zellenkumpanen Ihr kommt ja auch gut miteinander klar, wie ich sehe, ne? Ja, äh, alles gut Ja, dann geht ihr zwei erstmal miteinander duschen Komm, komm, raus hier Raus Raus, was habt ihr Scheiße, hab ich gesagt Raus, 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 raus Oh mein Gott Oh mein Gott Mitkommen, mitkommen Aua Was ist denn hier? Geradeaus, Mann Geradeaus Du auch Die Fitnessgeräte in Ruhe lassen Was? Die Fitnessgeräte in Ruhe lassen Entschuldigung Geradeaus Hier Oh, ich höre mal Apo, es werden keine Videos im Gefängnis gedreht Unter die Dusche Was? Nein So, du bleibst jetzt hier stehen, ist das klar? Bis du sauber bist, ja? Bis du sauber bist, ja? Bist du sauber bist, ja? Ja, ich komme, warte Komm, raus, raus Herr Red, wenn sie sich vielleicht ganz kurz benehmen würden Ja, wir haben hier immerhin den Justizvollzugs Oh, Herr Red Das kann ich so nicht billigen Ich glaube, ich komme ganz kurz und muss sie in den Kopf schießen Geh nach Hause, du Lappen Okay, alles klar, alles klar Alles klar, alles klar Okay, pass mal auf, pass mal auf, mein Freund Wir können uns auch anders spielen, ja? Wir können uns auch anders spielen Wir können uns auch anders spielen, ja? Wir können uns auch anders spielen Herr, Herr Red, Herr Red Herr Red Herr Red, Sie haben zugenommen im Gefängnis Sie haben Brüste bekommen Herr Red, kommen Sie bitte raus Kommen Sie bitte raus Die anderen, alle an die Wand An die Wand Herr Red, machen Sie sich wieder klein Sonst schieße ich in den Kopf Was willst du, hä? Herr Red, mitkommen Mitkommen, 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 mitkommen So, kommen Sie jetzt mal mit, ja? Sie, mein Freund Sie, mein Freund Werden jetzt gegen die junge Eingesessene Frau Eve Die mehrere Frau Eve Frau Eve Ich muss ganz kurz Tut mir wirklich leid, aber ich muss ganz kurz Frau Eve hinterher Oh Gott, die darf uns nicht finden Frau Eve, ich werde sie jetzt finden, okay? Und wenn ich sie finde Schieße ich ihn in den Kopf Und in die Knie Ist das klar? Wo sind Sie, junge Dame? Sie werden mich nie finden Frau Eve, wir müssen jetzt bewusst, dass ich direkt hinter Ihnen stehe Na, was? Sie haben jetzt vor allem die Möglichkeit Sie bleiben jetzt stehen Was? 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 Sie bleiben jetzt stehen Herr Red, hören Sie auf, Ihre Schizophrenie nach vorne zu treiben, okay? Meine Herren, meine Herren, können Sie mir vielleicht ganz kurz erklären, wie ich hier in der Zelle hier neben Ihnen gelandet bin? Los, Jungs, komm, wir müssen jetzt abhauen, es ist unsere Chance Komm jetzt mal alle mit raus hier, okay? Aua Nein! Hilfe! So, Frau Eve, solitary für Sie, ja? Einzelhaft ist das Wort, Einzelhaft Oh mein Gott, nein Die anderen, die anderen Hören Sie mir ganz noch zu Die anderen Hören Sie zu! Die anderen werden jetzt mit mir folgen, okay? Außer Frau Eve, weil die ist nämlich ausgebrochen Die hat es nämlich erstmal Einzelhaft Ich kann nicht alleine, ich drehe durch, wenn ich alleine bin Das ist okay So, Herr Red, hören Sie auf, Sie gegen das Kitter zu schlagen Herr Red, hören Sie auf, gegen das Kitter zu schlagen Was willst du? Hören Sie auf, gegen das Kitter zu schlagen Die anderen kommen jetzt mal mit raus Und ich werde jetzt einen Kampf um Leben und Tod veranstalten Und der Gefangene, der sich da als würdig erweist Kriegt meinen Schlagstock So eine tolle Möglichkeit, den Knast zu kontrollieren, oder? Ja Das macht man doch so im Gefängnis Typisch in Amerika So, Herr Red, Sie versorgen uns mit Musik Und ich möchte, dass die drei Herren jetzt austreten Und in der Dusche singen, okay? Derjenige, der am schönsten die Schöne trifft gleich Kriegt von mir ein Holzschwert Das heißt, der hat den Kampf automatisch gewonnen Kriegt dann den Schlagstock Sollen wir die Töne treffen, oder die Schöne? Derjenige, der am schönsten die Schöne trifft gleich So, raus jetzt hier Die Herren raus Kleines Freestyle-Battle, die Herren Herr Red, bitte Musik So, Herr Wurst, fangen Sie an Was soll ich denn singen? Ja, rappen Oh, Alter, ist der krass Herr Wurst Können wir vielleicht ein Beat haben, Herr Stein? Herr Stein, Herr Red, wir brauchen noch ein Beat Wollt ihr eher so etwas Traumiges sein? Oh, los! Ich hör nix Ich hör nix Los! Ich hör nix 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 Herr Eskation Ja Rappen Sie bitte Oh, ich kühle Okay, Herr Red, wir sind dran mit ihrem Freestyle Nein, ich rapp besser als ApoRed Weil ich bin besser als ApoRed Einen Freestyle, bitte. Du bist ein kleiner Fisch. Ich schlag dir ins Gesicht. Sehr gut, Herr Red. Damit haben sie sich den Schlagjob verdient. Hier, es scheint jemand zu sein, dem er vertrauen kann. Herr Red, Sie haben jetzt die Fre... Herr Red, Sie machen sich... Herr Red, okay? Sie bewachen jetzt mit mir die anderen Gefangenen, ist das klar? Okay. Gut, kommen Sie mit. Herr Red, Sie machen jetzt die Ansagen, ja? Bitte. Herr Red, bitte suchen Sie sich... Herr Red, was soll das? Ich muss nur einmal rauskommen. Herr SK, wenn Sie sich sofort zurückverwandeln... Ja, 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 ja. So, Herr Red, suchen Sie sich bitte Kandidaten für den Todeskampf aus. Einen Moment. Eve, komm raus. Ich laufe halt direkt weg. Und wenn Eve... Halt, bleib stehen. Nein! Bleib stehen und ich schieße sie tot, Eve. Nein! Du schießt mich auch so tot. Nein, Eve, bleib stehen und ich schieße sie jetzt. Letzte Möglichkeit. Nein! Stehen bleiben. Bleib stehen, hey! So. Okay. Herr Red, wen möchten Sie noch dazu haben? Na, jetzt ruhig. Du gehst jetzt in die Küche und wachst du's leckeres Essen. Okay? Okay. So, gehen Sie. Wachst du Kuchen mit Kuchen? Oh yeah. Ich habe mich einfach seine leise gemacht. Sie haben den Mann gehört. Gehen Sie Kuchen machen, los. Ja, okay. Wo ist die Küche? Ziemlich seltsam, dass das Gefängnis hier, oder? Da. Herr 9. 9, bin Sie? Ich bin die 9. Ihn Namen ist ne 9, deshalb so. Komm, wir machen jetzt eine Koffe. Ach so, ja, scheiße, stimmt ja. So, Sie beide, kommen jetzt mal bitte mit raus. So, Herr Brotwurst. Ja, was los? Da Sie ja als mehrfacher Massenmörder jetzt hier bereits im Re-Sozialisierungsprogramm sind und wir Ihnen keine eine... Äh, kein Massenmörder, Kindermörder. Das heißt, Kindermassenmörder im Re-Sozialisierungsprogramm eine Chance geben wollen. Können Sie jetzt Ihre Lehrlingsstelle als Bäcker antreten? Ja, genau. Ich möchte dazu anmerken, ich war im Gefängnis, weil, äh, ich bin im Knast, weil ich ja Brot verkauft habe. Komm jetzt, bitte, ich kann ja gar nicht. Sie packen jetzt Brot, Herr Brotwurst. Herr Stein, hören Sie auf damit, ich schieße. Verste das Video jetzt! Was? Verste das Video! Herr Stein, nein. Herr Red, wir sind noch nicht fertig, okay? Wo ist denn der Koffe? Herr Red? Herr Red? Oh! Herr Red hat das Gefängnis verlassen. Der hat sich einfach ausgelockt. Herr Brotwurst? Ich bin, äh, ich bin gerade hier bei der Teleportiermaschine. Ähm. Teleportiermaschine? Ich wusste nicht, dass wir sowas im Gefängnis haben. Ihr weißt doch nicht. Herr Brotwurst, ich gebe Ihnen hier einfach meine Waffe, sie scheinen übermächtig zu sein. Hier, bitteschön. Ja, das höre ich öfter. Und dann kriege ich auch immer Waffen, das ist komisch. So, Herr Brotwurst, Sie sind jetzt der Chef hier. Okay. Hier, meine Uniform. Alter! Und ein Ei. Wo ist der Ausgang? Und ein Ei. Das Wärter-Ei. Ja, das... Ich kümmere mich. Ich kümmere mich hier vorne meine Pflanzen, ja? Wieso haben Wärter hier nur eine Hose an und keine Umurteile dabei? Oh, oh, das ist ein ganz besonderes Gefängnis. Ich muss hier raus. Alter, jetzt Bogenschieß. Wo ist der Ausgang? Levi, zurück in deine Zelle, du Schwein. Nein, ich gehe nicht in meine Zelle. Was ist das denn hier? Jungs, ich breche mit euch aus. Ihr habt die Seiten gewechselt. Es geht. Oh, mein Aufseher. Ich glaube, wenn ich meine Schuhe bin, soll ich dich finden? Herr Red, Herr Red. Herr Red, kurze Nachfrage. Das Resilte-Elegierungsprogramm, läuft das bei Ihnen oder eher nicht so? Geld ohne Ende, mein Konto ist niemals wert. Schau, ich... Ähm, Herr Wuchs. Wie lange geht noch das Video? Wo seid ihr? Herr Wuchs, wir verlassen gerade die Justiz-Vorsuchsanstalt, ne? Ja, wie? Also, sogar ich habe Angst und ich habe übelst viel Waffen. Oh, Leute, ich habe einen Weg gefunden. Oh, mein Gott. Wo sind wir denn hier? Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Ja, oh. Ist das dein Ernst? Bist du wirklich so dumm? Bro, was? Weißt du doch. Ich bin den ganzen Weg hierher gelaufen. Oh, nein. Und ich komme an der Zelle wieder raus. Äh, ja, Herr... Ach, scheiße. So, ich entfliehe jetzt, ich entfliehe jetzt. Dieses Video macht überhaupt gar keinen Sinn. Es hat keine Handlungsstrange, es hat keinen Witz. Es ist einfach total behindert. Äh, Herr Wurst. Ja? Ich entfliehe gerade, ne? Jetzt das Video. Herr Stein, ich bin noch nicht fertig, ja? Ich entscheide das selber. Bis ich ausgebrochen bin, wird hier weitergefilmt. Ist das klar? Du, Abfass. Herr Wurst, ich bin jetzt mal ehrlich. Ich bin in wenigen Sekunden aus dem Gefängnis bereits ausgebrochen. Sie scheinen nicht qualifiziert für den Beruf, das wäre das so sein. Ich habe das Gefühl, das hätte Ihnen einfach irgendjemand die Waffen gegeben. Das wird fast so, ja. Als wären Sie ein ehemaliger Strafgefangener, Herr Wurst. Herr Wurst. Boah. Wo war hier der Ausgang? Zehn Stunden später, ah, ja. So, Herr Wurst, mir reicht das jetzt, ja? Der lausige Gefängnisverwaltung kam mich am Arsch, okay? Herr Wurst. Ja, Revi. Äh, wie kommt man denn? Du hast hier den Weg abgebaut, oder? Herr Wurst. Boah. Hast du den Weg abgebaut, Revi? Nein. Doch. Ich glaube, ich bin geflohen. Bin am Helikopter angekommen. Ja, was? Ja, super Video, Leute. Perfekt. Das war's für dieser wunderttollen, äh... Ja, mega spannend. Kann man ja nicht hochladen. Leute. Ja, wenn man es auf zwei Minuten runterschneidet, kann es lustig sein, ne? In diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.